Hallo und herzlich willkommen zurück in Lahmahausen bei Life is Judel, Forest Village. Ja, ich muss mich bei dem einen oder anderen wahrscheinlich erstmal entschuldigen. Vielleicht habt ihr schon gewartet auf die nächste Folge. Es tut mir wirklich leid, ihr wisst ja wie das ist. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Es kommt manchmal ganz unerwartet was dazwischen. Und den muss man sich natürlich annehmen und erstmal stellen und dann kann man sich wieder ins mittelalterliche Mittelalter stürzen. Das werden wir heute auch wieder tun. Wir haben in der letzten Folge, wer sich erinnern kann, so ein kleines bisschen unser Lahmahausen erweitert. Es ist eine Windmühle dazu gekommen und eine Bäckerei, die jetzt hier schon steht. Und eine zweite Bäckerei ist in Auftrag gegeben mit dem Ziel, dass wir dieses angrenzende Wäldchen, diese kleine Aue, Stück für Stück ausbauen werden und letztlich umwandeln in einen dürfischen, kleinbürgerlichen Charakter versehen. Und an dieser Stelle geht es heute weiter. Wenn wir mal einen Blick auf unsere Ressourcen werfen, sind wir eigentlich gut aufgestellt. Über 500 Steine, über 1000 Baumstämme, Lehm, Erz, Heu, alles da. Und trotzdem müssen wir natürlich immer erstmal gucken, mit einem Blick auf unsere Felder, ob hier alles läuft. Es ist Frühsommer, das heißt, man ist hier noch voll und ganz beschäftigt. Im Moment haben wir zwei Arbeiter eingesetzt. Und wir haben eine arbeitslose Kraft. Nee, mehr sogar. Drei. Aber die sind noch beschäftigt, die haben noch zu tun, die müssen nämlich buddeln. Wer sich erinnert, wir hatten ja ein neues Planierungsgebiet ausgewiesen, mit dem Ziel, dass in diesem Sektor auch genügend Platz zur Verfügung steht, wenn wir denn vorhaben sollten, auch hier in diese Ecke zu erweitern. Es geht natürlich nicht, wenn so ein großer Sprung im Getriebe ist. Und, ja, die Herrschaften, die haben natürlich alle Hände voll zu tun, denn es sind immerhin knapp 200 Arbeitsschritte, die man hier machen muss. Das ist in diesem Spiel wirklich viel. Bedeutet mit anderen Worten, da ist man ganz gut mal ein Jahr vollkommen beschäftigt, zieht man mal die Arbeitskräfte im Winter noch mit dazu. Also, das wird noch eine Weile dauern, bevor wir uns hier um eine Erweiterung kümmern können. Man sieht es auch schon hier an der Baustelle, da tut sich nichts, denn alles folgt der Prioritätenliste, der Hauseignen des Spiels, das heißt, was zuerst gebaut wird oder was zuerst in Auftrag gegeben wird. Das wird auch zuerst erledigt. So wird also erstmal planiert und dann kommt die nächste Bäckerei dazu. So, ja, hier müssen wir noch einen Weg dazwischen machen, den können wir ruhig auch schon setzen. Schadet ja nichts. Zeit machen wir mal auf 5-fach, das reicht. Und dann ziehen wir hier einfach eine Straße mal quer nach oben. Dann kommt hier noch eine Bäckerei hin und noch eine. Und zwischendrin setzen wir einen kleinen Brunnen, denn die Bäckerei, das hatte ich schon erwähnt, braucht für die Weiterverarbeitung des gemahlenen Getreides, was ja hier aus der Windmühle kommt, dem Mehl sozusagen auch Wasser. Wasser, Mehl und, ja, nach Bedarf dann Gemüse, Fleisch oder Süßigkeiten, wie zum Beispiel Honig, den wir jetzt noch nicht abbauen oder abernten. Können wir vielleicht mal für später noch berücksichtigen. Mal gucken, ob ich das möchte. Ich weiß es noch nicht, bin noch nicht sicher. Aber schaut euch mal unseren herrlichen Hühnerstall an. Also der hat sich hier richtig gemausert. Wie viele Tiere haben wir denn schätzungsweise? Lass mal schätzen. Ich schätze 15. Was meint ihr? Klicken wir doch einfach mal drauf. 16 sind es, war ich sogar gar nicht so verkehrt. 16 Tiere haben wir drauf. Emma und Emil haben also beste Arbeit geleistet. Und die Eier sind hier nach wie vor wahrscheinlich im Brutkasten für weitere Nachwuchs. Was haben wir denn hier noch drin eigentlich? Mal gleich mal gucken. Fleisch, ja, Fleisch. Wird natürlich in gewissem Maße produziert, denn das ein oder andere Tier, das stirbt dann schon auch mal, und wird geschlachtet. Das Fleisch ist jetzt natürlich in einer geringen Menge dann bloß da, aber wird dann natürlich auch mit ins Scheunengebäude überstellt und steht dann als Nahrungsmittel für uns zur Verfügung. Das ist also ganz okay so. Ja, unsere Fischerhütten 1 und 2 sind im Einsatz auch voll besetzt. Sechs Fischer haben wir. Für drei weitere gibt es noch Platz. Der Holzschnetzler ist im Moment nicht im Einsatz. Wir haben noch 1300 Feuerholz. Das reicht im Moment auch noch. Aber nach dem Winter müssen wir da auch wieder jemanden einsetzen. Wie sieht es in der Schneiderei aus? Gut. Da haben wir jetzt 65 Kleidungsstücke. Aber die Werkzeuge werden baldigst wieder ein kleines Problem darstellen, denn die 14, die wir im Moment haben, werden relativ schnell verbraucht werden. Das heißt, auch da müssen wir gucken, dass wir dann in dem nächsten Jahr einfach vielleicht auch wieder den ein oder anderen Arbeiter abzweigen können, der sich dann wieder um die Werkzeugproduktion kümmert. Hier sieht aber alles bestens aus. Alles steht im Saft. Und jetzt bin ich wirklich froh, dass wir in der letzten Folge uns darüber Gedanken gemacht haben, wo das nächste Feld hinkommt. Ist auch schon in Auftrag gegeben, auch wenn noch nicht gebaut. Das ist natürlich alles wieder Sache der Prioritätenliste. Ich habe es ja gerade gesagt. Das heißt, ich vermute, dass nach der Planierung erst einmal die Bäckerei gebaut wird und dann dieses Feld. Wir könnten zwar jetzt hier zwangsweise jemanden reinsetzen, aber so drückt der Schuh auch noch nicht. Aber was wir sehen können, das ist, dass die Vermutung tatsächlich eingetreten ist, die Gemüsereserven nehmen, also radikal ab. Anders kann man es gar nicht sagen, außer radikal. So, das Haferfeld ist in der ersten Runde durch. Hier wird schon wieder neu aufgebracht, wie es aussieht. Ne, die sind immer noch am Abernten. Das heißt, eine zweite Runde werden wir dann auch nicht mehr schaffen. Das heißt, da ziehen wir dann, sobald die fertig sind, die Arbeiter auch ab. Überall, wo wir uns das leisten und erlauben können, ziehen wir sie runter, damit diese freie Arbeitskraft für Wege oder Planierung etc. zur Verfügung stehen. Das Feld, was ich hier angesprochen habe, wird vorübergehend, wenn es denn gebaut ist, erst einmal weitere Kartoffelernte übernehmen. Dann kommt links daneben ein zweites Feld dazu. Da kümmern wir uns dann um die Getreideversorgung, dass auch unsere Mühle regelmäßig mit saftigem Getreide versorgt ist. Ich freue mich auch schon auf den Moment, wo wir dann die Gebäude hier besetzen. Das sieht dann richtig herrlich aus. Die Fragezeichen verschwinden, sobald jemand eingesetzt ist und dann dreht sich auch die Windmühle und das sieht dann wirklich sehr romantisch aus. Okay, im Moment gibt es nicht so viel, was wir tun können, deswegen werde ich die Zeit einfach noch ein kleines bisschen erhöhen. Wir gucken noch ein bisschen zu, was die Herrschaften treiben. Sie wuseln flink wie der Wiesel. Ja, jetzt regnet es, das ist natürlich herrlich, müssen sie nicht gießen. Ja, hier werden wir auch noch ein paar Straßenlaternen zusätzlich bauen, dass das hier noch ein kleines bisschen dörfischer aussieht. Ich meine, die Abendstunden, die sind immer relativ kurz und knapp bemessen, aber es hat einfach allein optisch eine tolle Wirkung, wenn wir das denn machen. Ja, würde ich sagen, lassen wir es mal laufen. Wie weit sind die Felder hier unten? Naja gut, der Hafer ist fast durch, gucken wir mal, bis die fertig sind. Eine Reihe ist es hier noch. Jetzt zahlt sich auch langsam Stück für Stück aus, dass wir zwei Obstplantagen gesetzt haben, denn in der unteren ist schon wieder eine neue Reihe Bäume gesetzt worden. Die obere arbeitet noch. So, jetzt können wir hier beim Hafer die Herrschaften schon mal abziehen, die müssen keine zweite Runde machen und damit haben wir schon mal zwei Arbeitskräfte mehr zur Verfügung. Und das ist auch dringend notwendig, denn ihr seht es vielleicht schon an der roten Schrift unten links im Infofenster. Es ist natürlich wieder jemand gestorben. Immanuel, der Steinmetz. Der Steinmetz, Immanuel. Ja, was willst du da sagen? Wahrscheinlich hat er sich wieder im Stockwerk geirrt. Er ist auf eine Felsspalte getreten und ausgerutscht. Hat sich seinen kleinen Helm, wohl Helme hatten die ja noch nie, ne? Sein kleines Mützchen angeschlagen an der Ecke des Gesteins. Ärgerlich ist es. Können wir eigentlich nur froh sein, dass unsere Häuser eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit für neuen Nachwuchs bieten. Das heißt, es wird also hoffentlich und Gott sei Dank nicht lange dauern, bis das nächste Baby geboren wird. Das dauert dann zwar wieder alles ein bisschen, bis das nachgezogen ist, also bis es gewachsen ist und als Arbeitskraft zur Verfügung steht. Aber das sind die Faktoren im Spiel, mit denen wir uns hier beschäftigen müssen. Ja, hier gibt es also ordentlich Nachwuchs. Das ist wie bei Mozarts und Beethovens zu Hause. Das waren ja auch so überproduktive Familien, was den Nachwuchs angeht. Großfamilien. Ja, und wenn wir jetzt hier mal gucken, 16 Hühner waren es vorhin, jetzt sind wir schon bei 29. Jetzt stellt euch mal vor, was hier los ist, wenn 90 Hühner auf dem Gelände sind. Mein lieber Mann, das wird aber ein Eierfestival. Ja, der Herbst ist schon wieder eingebrochen. Hier haben wir wieder den Hinweis, das Lager ist voll. Das heißt, hier können wir auch den Arbeiter schon mal wieder abziehen. Ich meine, klar, das wird natürlich auch bald wieder verbraucht. Spätestens dann, wenn wir neue Gebäude in Auftrag geben und die natürlich dann für den Bau, die Baumaßnahmen auch das Heu benötigen. Im Moment haben wir ja noch keine Tiere, die Heu verbrauchen. Könnte alles später noch kommen, wenn wir dann zum Beispiel ein Entdeckerschiff auf Reise schicken und man dann die Kühe erkundet und für den Eigenbedarf mitbringt über See. Dann könnte man einen Kuhstall errichten oder so ein Gehege für die Kühe und die brauchen dann allerdings auch das Heu. Okay, aber im Moment ist es mir ganz recht, dass wir über 1000 im Lager haben und es ist natürlich schön, wenn man weiß, die Lager sind voll, auch wenn jetzt hier unten schon wieder rot markiert steht, die Nahrungsreserven seien niedrig. Wir wissen, es ist nicht so. Es ist genug Obst, genug Gemüse, genug Fisch und genug Fleisch da. Aber sie suchen sich halt immer eine Nahrungsquelle aus und die wird dann erstmal verbraucht und sobald die dann aufgebraucht ist, kommt dieser Hinweis. Vorsicht, wir haben nichts zu essen. Also können wir schon mal ausmachen, dass wir einen sehr, sehr hübschen Grundstock an Nahrungsmitteln und Ressourcen besitzen. Und damit das Ganze natürlich nicht zum Stillstand kommen wird oder zum Erliegen kommt, werden wir hier auch noch eine zweite Lagerstätte mit dazu nehmen. Das soll immer möglichst alles schön eingelagert bleiben. Deswegen nehmen wir hier noch ein Lagerhaus dazu. Da kommen dann also Holz und andere Ressourcen rein. Die Scheune hier, ja gut, ich meine, das ist schon wieder fast voll angezeigt, aber ich glaube nicht, dass wir das jetzt komplett ausreizen oder auskosten müssen. Auch hier haben wir ja noch ein bisschen Puffer, denn die Scheune ist noch nicht prall gefüllt. Also da müssen Sie sich dann einfach mal was einfallen lassen. Vielleicht den einen oder anderen Meter mehr laufen und das einfach so ein bisschen aufteilen. Soll mir recht sein. Ja und jetzt, wenn sich der Nebel verzieht, schauen wir mal, wie weit sind sie denn hier? 131, 132 mal geschippt. Jawohl. Sieht auch schon viel besser aus. Hier kann man auch schön erkennen, was sie schon weggenommen haben. An dieser Schräge hier hinten sieht man das herrlich. Aber es ist noch ein bisschen zu tun. Wir werden in den Winter sicherlich reinkommen und sobald es hier fertig ist, können wir dann uns erstmal weiter ausbreiten und neue Gebäude in Planung geben. Jetzt fallen auch schon die ersten Flöckchen. Das heißt, wir können auch von den Feldern natürlich wieder die Arbeitskräfte runternehmen. Das machen wir natürlich auch konsequent bei den Obstplantagen und dadurch, dass wir jetzt nur noch zehn Werkzeuge haben, lasst uns doch den Winter nutzen und geben mal wieder so ein bisschen Feuer in die Werkzeugproduktion. So, Jungs, dann dicht mal los. Was haben wir denn hier? Die beklagen sich hier wohl schon wieder, dass nicht genug Lagerplatz für Stein vorhanden sei. Ist eigentlich fast nicht ganz nachvollziehbar. Das Lagerhaus hier ist zwar voll, aber... Jetzt muss ich gerade mal gucken. Aber irgendwie, ja, das kann natürlich durchaus sein. Denn wir haben ja nur dieses eine Lagerhaus. Scheunen haben wir genug gebaut, ja. Aber wir müssen tatsächlich warten, dass dieses Lagerhaus hier unten noch fertig wird. Denn sonst nützt der ganze Aufwand nichts. Und die besten Grüße und Wünsche, die sind dann einfach im Produktionsstopp, weil sie die Steine nicht loswerden. Und das wäre natürlich ärgerlich, denn wenn man dann schon hier Arbeiter reingesteckt hat und die sitzen dann, ja, und faulenzen sich, dann hat man auch nicht so viel gekonnt. Also sollten wir doch mal schauen, dass jetzt möglichst bald zügig die Gebäude hier errichtet werden. Planierung so gut wie abgeschlossen. Noch fünf Schritte und dann ist man durch. Dann können wir auch das nächste direkt schon nehmen. Gucken wir mal. Ja, ich würde sagen, wir fällen mal noch ein paar Bäume hier ringsherum, dass wir hier auch wieder ein kleines bisschen Sicht haben. So. Das Holz brauchen wir jetzt zwar nicht zwangsläufig, aber wir brauchen auf jeden Fall klare Sicht, damit wir hier unsere Planung weiterverfolgen können. Zeit kann noch laufen. Nahrung ist genug vorhanden. Jetzt können wir auch beobachten, dass die ersten Ressourcen hier für die Bäckerei transportiert werden. Zwölf Arbeiter sind im Einsatz. Sollte also nicht allzu lang dauern. Wege sind auch schon so gut wie angelegt. Wunderbar. Ja, aber es fehlt noch ein bisschen was, Jungs. Da müsst ihr euch noch ein bisschen ranhalten. Es ist nicht genug Holz da, Steine und so weiter. Es fehlt alles noch. Jetzt müsst ihr Gas geben. Möglicherweise haben auch die Weganlegungen immer vorderste Priorität, weil man damit ja schon gut beschäftigt ist. Kann ich mir jetzt nur so erklären, dass man dann wirklich auch möchte, dass man sich möglichst schnell durchs Gelände bewegen kann, bevor man die nächsten Arbeitsschritte angeht. Denn wir haben ja den Weg hier deutlich später in Auftrag gegeben, als die Bäckerei. Die liegt ja da schon eine ganze Weile brach. Ja, Jungs. Zeit wird's. Aber was man hier auf jeden Fall schon angelegt hat, ist das Feld. Da muss noch ein bisschen geklopft und gehämmert werden. Dann ist das durch. Da können wir also dann sehr wahrscheinlich im Frühjahr damit beginnen, Kartoffeln anzusetzen. Wir haben natürlich aktuell nur zwei Bauarbeiter eingesetzt, die sich kümmern. Und jetzt sehen wir schon was. Ein Problem. Wir haben ein großes Problem. Schaut mal hier. Oh, oh, oh. Oh, der erste Kranke ist in unserem Lager. Chloe. Chloe, was hast du denn? Chloe hat sich einen Schnupfen eingefangen. Bei den Temperaturen kein Wunder und der leichten Bekleidung. Ach, Chloe, du machst Sachen. Das macht mir jetzt so ein bisschen einen Schnitt durch die Rechnung. Ganz ehrlich. Denn sollten wir sie jetzt nicht wieder auf Vordermann bringen, besteht natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass nicht nur Chloe stirbt, sondern vielleicht der ein oder andere angesteckt wird. Das heißt, wir müssen hier relativ schnell handeln. Das heißt, ich setze mal noch ein paar Arbeiter ein, dass die Bäckerei schneller gebaut wird. Und wir müssen uns, und das können wir uns sogar aktuell noch leisten, wir haben ja noch genug Ressourcen, aber wir müssen schnell reagieren. Wir müssen uns eine Apotheke zulegen. Ich muss mich gerade nur mal schauen, wo ist die Gemeindebauten, Hospital, Apotheke. Die Apotheke funktioniert in etwa wie eine Sammlerhütte, wird also im Gelände platziert. Wo setzen wir die hin? Ja, die könnten wir doch hier hinten hinsetzen, hinter die Windmühle. Das ist doch ein Plan. Wir brauchen die gar nicht so extrem, denn dort wird man jetzt, wenn die gebaut ist, gleich auf die Reise gehen und wird Kräuter aus der näheren Umgebung sammeln. Liebstöckel und was hier alles so steht. Und diese Kräuter werden ins Lagerhaus geschickt und stehen zur Verfügung für das nächste Gebäude, und zwar das Hospital. Im Hospital stellen wir dann eine Arbeitskraft ein. Hier gibt es ein paar Betten zur Verfügung und dort können sich unsere Dorfbewohner heilen. Denn machen wir das nicht, gehen wir stark in die Gefahr, dass unsere Dorfbewohner sich alle Stück für Stück anstecken und logischerweise auch sterben werden. Und das Risiko, das wollen wir natürlich nicht eingehen, ist ja ganz klar. Aber ja, die müssen sich auf jeden Fall wahnsinnig viel Mühe geben, dass das jetzt hier schnell erledigt wird. Gut, ich gehe jetzt hier auch einfach mal zwangsweise mit zwei Arbeiter rein, in der Hoffnung, dass man auch dieses Gebäude hier priorisieren wird. Bei der Bäckerei ist im Moment nämlich noch nicht ganz so viel passiert. Gehen wir mal mit den Arbeitskräften noch ein kleines bisschen höher. Zehn Arbeiter haben wir drin, einen Bedarf von 19 haben wir im Moment, das sehen wir hier dran. Das muss jetzt schnell erledigt werden, bevor ich neue Planierungen mache etc. Sonst stirbt unsere Siedlung aus, aber im Moment sieht es auch nur so aus, als wäre Chloé die Einzige. Schauen wir nochmal. Ja, 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 ja. Chloé. Chloé hat den Männerschnupfen. Und ich kann nur hoffen, dass wir über den Winter effektiv unsere Arbeiter jetzt eingesetzt haben und dann im Frühjahr wieder eine genesense junge Dame hat, denn immerhin sorgt sie ja auch für Nachwuchs. Das dürfen wir hier nicht außer Acht lassen. Aber für den Moment muss ich euch leider sagen, die schlechte Nachricht ist, unsere Zeit ist schon wieder abgelaufen. Und deswegen werde ich an dieser Stelle jetzt einen kleinen Schnitt machen, einen Cut. Und wenn ihr mögt, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe, alles Gute. Lasst es euch gut gehen, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss und Ade, sagt der Lama.